Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Hollow Knight. Wir befinden uns im Endgame und sind quasi auf dem Weg zur Platin-Trophäe. Ich habe mir vorgenommen, ich werde sie mir holen. Ich werde alles daran setzen, vielleicht werde ich scheitern, keine Ahnung, aber ich habe es mir zumindest vorgenommen, dass wir die Platin holen. Das heißt, wir müssen ganz viel sammeln und auch viel besiegen anscheinend noch. Und jetzt bin ich so weit im Spiel, dass ich einfach das nicht mehr hinauszögern kann. Ich muss einfach eine Folge aufnehmen und ich kann mich auch von meiner Meinung im letzten Part erneut anschließen. Das Spiel ist sowas von cool, denn was ist jetzt passiert? Ich gehe mal hier auf die Karte. Ich habe natürlich, was ein Abenteurer als erstes macht, wenn er das Spiel beendet hat. Ich war auf Larvenjagd. Ich habe mir alle Wummer geholt, habe mir aber die Belohnung noch nicht abgeholt. Nämlich, wo ist denn der Typ hier, der die ganzen Wummer in sich trug? Da, hier ist er. Da ist der Typ, da können wir heute noch gemeinsam hin, denn es gab ja die Trophäe, die ist ja aufgeploppt. Für mich ein Zeichen, okay, ich habe wirklich alle gefunden. Schon mal cool. Dann habe ich folgendes gemacht. Ich war überall, wo noch mal so ein Weg offen war. Und da bin ich... Wo war denn das? Hier unten. Ich bin hier unten langgegangen und da war noch mal diese eine Dame, gegen die wir am Anfang des Spiels gekämpft hatten. Der Kampf, der war jetzt nicht, sondern nicht schwer. Also ich musste hier einfach erneut gegen die Antretene. Und dann habe ich... Ich habe ein Siegel des Königs bekommen. Also irgendein Tattoo oder eine Markierung, die ist jetzt in mir eingebrannt. Dass ich der nachfolgende König sein könnte. Also echt komisch. Und damit war es mir möglich, hier unten die Tür zu öffnen. Problem nur, ich habe hier irgendeinen Punkt. Da ist ein blaues Portal. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Hier unten, da sah es so aus, als ob da so ein schwarzer Seelenaltar aufgebaut ist. Aber auch da konnte ich überhaupt nichts machen. Und hier oben, da war ein Spiegel. Ein großer Spiegel, wie sage ich, so eine Art Leuchtturm. Konnte ich aber auch nichts machen. Und hier war der Weg versperrt. Konnte ich auch nichts machen. Ich war hier aber nicht umsonst. Ich habe so keine Ahnung. Aber das ist eben cool, weil ich habe das entdeckt und ich weiß, es gibt noch irgendwas zu holen. Irgendwas muss es doch geben. Dann bin ich nochmal zurück nach Mistmund. Hier hin. Und da war der Kartentyp. Nee, nicht der Kartentyp. Der eine Händler. Hier war der Händler. Und der Händler hat sich entlarvt als der Lehrmeister seiner drei Schüler, die uns einen Waffenskill beigebracht hatten. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Es gab doch hier so drei Schwertmeister und die haben uns immer einen neuen Skill beigebracht. Und als ich die alle drei hatte, da gab es einen Weg nach unten. Ich meine, ich kann es ja euch zeigen. Das mache ich alles nachher. Aber ich bin nicht umsonst hier, weil da oben in Mistmund, da ist noch was cooles passiert. Da ist nämlich Zote. Der hat eine Statue errichtet. Oder vielleicht was auch diese eine dicke Made, weil sie ihn toll findet, hat eine Statue vielleicht zu Ehren von Zote errichtet. Und jetzt kann ich gegen den kämpfen. Und ich habe ihn besiegt. Der war jetzt nicht so schwer. Und dann habe ich Essenzen bekommen. Und mit den Essenzen bin ich hier hingegangen. Habe eine Maske bekommen. Deswegen habe ich jetzt oben eine Seelenenergie mehr. Das gab es bei 1500. Habe ich ja völlig vergessen, mir abzuholen. Und jetzt habe ich eben 1900. Und ihr habt es hier reingeschrieben. Bei 1800 gibt es was cooles. Mein Traumnagel ist gestärkt. Ich kann jetzt auch die am härtest geschützten Träume zerschlagen oder zumindest eindringen. Und jetzt war ich doch prompt hier drüben. Umpasst mal auf, was hier passiert. Könnt ihr euch noch an die hier alle erinnern? Ich kann die jetzt abschlagen. Ich kann die abschlagen. Aber die können mich eben auch abschlagen. Ich weiß nicht, ob man den besiegen kann. Aber das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu hart. Muss da nicht sein. Ich muss jetzt hier nicht drauf gehen. Zumal ich fragile Stärke ausgerüstet habe. Und das war eine kurze Zusammenfassung. So viel ist jetzt passiert. Und deswegen dachte ich mir, ich kann jetzt hier nicht nochmal mehr alleine weiterspielen. Denn jetzt, wo ich diesen Traumnagel bekommen habe, was machen wir? Ich habe zwei Orte, wo ich hin kann. Zuallererst ist mir hier unten dieser Typ eingefallen. Palastgründe. Da hat ein Wächter gewartet. Das wird sowas von ein weiterer Inkampf sein. Und im Pilzbiom, da war ich auch nochmal. Das war, wo war es denn hier? Und hier war auch noch so ein ganz, ganz großer Pilz, den ich mit dem Traumnagel zwar anschlagen konnte. Vielleicht kann ich ihm jetzt mit dem gestärkten Traumnagel noch mehr Informationen abluxen. Also echt cool. Es gibt noch so viel zu entdecken. Aber erstmal gehen wir zurück zur Stadt nach Mistmund. Weil ich muss das euch zeigen. Und das ist so cool, weil man entdeckt die Sachen einfach für sich selber. Also ich bin noch nicht an dem Punkt angelangt, wo ich sagen muss, okay, jetzt, jetzt, jetzt brauche ich komplett die Online-Hilfen. Also für die Talismane sicherlich schon. Aber wenn ich mir mal so meine Talismane angucke, mir fehlt immer noch so viel. Und ich frage mich echt, wo zum Teufel sollen die bitte versteckt sein? Ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein Rätsel. Ja, da, da ist er. Hier ist nämlich der Händler. Oh, er steht wieder oben. Schade. Aber er ist der Nagelmeister. Er war nämlich nicht hier. Ich konnte nach unten laufen. Und da hat er mir einen Talisman gegeben. Schade. Hätte ich euch gerne gezeigt, wie er unten haust als Meister. Und da ist er. Da ist er. Der, der, der Zote. Und hier kann ich nämlich auch nach unten. Das ist total krass. Jetzt haben wir hier Zote. Und da habe ich dann schon online nachgeschaut. Aber es hat mich interessiert. Den Typen kannst du anscheinend zehnmal besiegen. Der wird immer stärker. Er kriegt immer mehr Lebenspunkte. Und irgendwann, wenn du es das zehnte Mal geschafft hast, dann, dann wird seine Statue Gold. Ist aber Gott sei Dank nicht Platin relevant, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen können wir hier den Eimer kurz zeigen. Ich werde wahrscheinlich jetzt das zweite Mal nicht auf Anhieb schaffen. Er ist ähnlich wie das verlorene Kind. Er beschwört zwei Geister. Da ist er nochmal. Prachtvoller. Kann das... Oh. Der beschwört jetzt mehr. Das ist neu. Fuck. Na ja, Nutzer war natürlich die Chance. Ja, die Minder sind blöd. Okay, also gegen diese Minions, da sollte ich mir was einfallen lassen. Also wenn der jetzt wirklich immer härter wird, weil der noch mehr Monsters spawnen lässt, dann habe ich ein Problem. Also ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier tausendmal probieren möchte. Ich könnte meinen Schutzschild mit reinnehmen. Aber da würde ich halt die schnelle Heilung verlieren. Ich mache es nochmal, habe ich jetzt gerade irgendwie Bock. Das Schöne ist, dass bei diesen Essenzkämpfen der fragile Effekt nicht zerschmettert, wenn ich draufgehe. Das ist schon mal echt gut. Das Schöne ist, dass bei diesen Essenzkämpfen nicht zerschmettert, wenn ich mich nicht zerschmettert. Das Schöne ist, dass ich mich nicht zerschmettert habe. Hat er getroffen? Nein, der Käfer hat mich getroffen. Das Schöne ist, dass ich nicht zerschmettert habe. Das Schöne ist, dass ich nicht zerschmettert habe. Das Schöne ist, dass ich nicht zerschmettert habe. Da war er weg. Ich finde, das ging und das Schild war gut. Also so würde ich sogar noch etwas länger gegen ihn kämpfen können. Okay, ich denke, die Strategie, die werde ich auch so lassen. Das haben wir eben das zweite Mal besiegt. Aber wir kriegen leider keine Essenzen mehr. Schade. Ja, so kann man machen. Also wie gesagt, ich fand ihn jetzt nicht ultra schwer. Aber vielleicht wird er in seiner zehnten Form noch mal etwas schwerer. Vor allem etwas. Der wird definitiv schwerer. Der wird immer Lebenspunkte bekommen. Naja, damit lassen wir es erst mal sein. Ich gehe noch mal abspeichern. Und dann gehen wir gemeinsam erst mal zum Wurm. Weil ich will wissen, was wir da kriegen. Also wenn es nicht dort einen Talisman gibt, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, irgendwo müssen doch die Dinger herkommen. Also das Schild ist schon geil. Weil ich unterschätze immer, dass dieses Schild... Es hat ja nicht nur den krassen Nutzen, dass ich auch Schaden abblocken kann. Es verursacht ja auch Schaden. Das muss man sich einfach immer wieder sagen. Es ist nicht nur ein Schutz, den man hier hat. Da haben wir erst alles von der Wurm. Juhu. Ja, herr mal mit. Juhu. Und noch mehr. Och, und es geht weiter. Das war doch nicht alles. Alter, ich habe noch nie so viel Kohle gehabt. Und das war es auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt. Ey, wir haben jetzt unser Geld verdoppelt. Das ist krass. Königsideol? Larvalings Klagenlied. Das ist die Endbelohnung. Oh, drei. Enthält die Dankbarkeit von Larven, die ins nächste Stadium ihres Lebens eintreten. Er füllt Waffen mit heiliger Kraft. Der Träger feuert bei voller Gesundheit strahlenweiß glühender Energie aus seinem Nagel. Oh, ist ja wie das Master Schwert. Ich brauche volle Lebensenergie. Werde ich sehr wahrscheinlich bei Kämpfen kaum benutzen. Weil, naja, sagen wir mal ehrlich. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich immer volle Lebensenergie habe? Und dann weiß ich auch nicht, ob dieser Strahl bei... Also, bei dem Master Schwert war es ja so, dass dann der Strahl an sich weniger Schaden gemacht hat. Wenn das hier auch so ist, würde ich eher auf diesen Effekt verzichten. Weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Und es gab auch die Info, ich soll mal versuchen, hier noch einen weiteren Talisman reinzusockeln. Obwohl es nicht mehr geht. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Aber ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt mir... Was da auffällig sein sollte. Also, ich kann auch nicht zockeln. Ich nehme mal eins raus und mache mal irgendwas rein, was vier kostet. Das war doch hier oben irgendwo... Hier, Seelenfresser. Ja. So was geht? Das hätte ich nie im Leben so probiert. Also, hieß es wirklich jetzt die Info an mich? Ihr soll das hier bewusst so reinhauen? Also, zwingen? Kann es wieder absockeln? Also, ich würde es gerne so oben lassen. Das ist ja geil. Ey, wie Hammer ist das? Wisst ihr, was ich gerade überlege? Was ist denn, wenn ich eins rausnehme, was nur eins kostet? Das hier zum Beispiel. Ich kann ja Larvenleed rausnehmen. Ach nee, dann würde es ja passen. Dann würde es ja genau passen. Und dann würde ich nämlich irgendwas alternatives mit reinnehmen, was so richtig schön viel kostet. Muss ja gehen, oder? Was ist denn, wenn ich... Ich muss es probieren, Leute. Ich muss es einfach probieren. Wir haben ja abgespeichert. Sollte jetzt Scheiße passieren? Ist das so? So, ich nehme das mal raus. Mach mal den Schutz mit rein. Ey, der Hammer. Das ist echt der Hammer. Wir haben einfach wirklich mit der Willenskraft, mit der puren Stärke... Gehen das vorher auch schon, oder? Weil wir jetzt ja dieses König-Symbol haben. Auf Fragen über Fragen. Und es ist... Es nimmt einfach kein Ende. Auch heute in der Folge, die ich hier aufnehme. Ey, Hollow Knight ist und bleibt einfach so ein mega-hammer-geiles Spiel. Weil es so viel zu entdecken gibt. Und ich glaube, da wäre ich auch niemals... Niemals wäre ich da im Leben draufgekommen. Weil mir ist das schon ein paar Mal passiert, dass ich gesehen habe... Okay, ich kann das nicht aussockeln. Oder reinsockeln. Okay, hier unten ist aber keine Speicherstation. Was machen wir denn jetzt? Weil ich habe Schiss, dass ich da jetzt gleich draufgehe. Ich gehe mal auf die Gesamtkarte. Doch, wir sind auf jeden Fall hier unten. Es muss hier eine Bank geben. Ach, hier auf der Seite. Ja, hier werde ich auf jeden Fall mir einen Speicherstand setzen in der Cloud. Dann gehen wir nach links drüben. Denn ich gehe ganz stark davon aus, dass wir jetzt gleich einen Kampf haben werden. Und dann bin ich gespannt, was wir wirklich an Seelenenergie abzwacken mit einem Schlag. Weil wenn das Ding vier... Ich meine, das kostet vier. Das kostet einfach mal fucking vier und wir haben es ausgerüstet. Das ist, ja, vor Freude, schönste Freude. Okay, also ich denke, ich bin bereit. Oben übrigens habe ich auch jetzt volle Lebensleiste. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir im Nachgang denke, ich hätte wirklich auch mit dem Arena-Kampf warten sollen. War dieser eine Lebenspunkt. Der hätte vielleicht ein, zwei Stunden des Arena-Kampfes reduzieren können. Weil ich nämlich ein paar Mal immer ganz kurz mit einem Lebenspunkt gekrepiert bin. Bei dieser einen Schreckenspassage. Ja, selber schuld. Man macht sich das Leben einfach wirklich unnötig selber schwer. Aber jetzt haben wir ja so gut wie fast alles ausgerüstet. Und wer weiß, was es noch so für coole Talismanne gibt. Vielleicht kann ich ja mit dem hier, wenn ich den besiege... Weiß nicht. Komme ich auf 2400 wahrscheinlich nicht. Tatsächlich, es war klar. Es war klar, dass wir jetzt seinen Schutzschild brechen konnten. Was haben wir hier geschafft? Sind wir... Wir sind in seinen Gedanken, oder? Nee, das war's noch nicht. Ich glaube, der richtige Kampf, der kommt erst hier drinnen, oder? Oder was hat er bewacht? Der weiße Palast? Hm... Naja, wir kriegen zumindest erstmal Seenenergie wieder zurück. Ich wäre schön blöd, wenn ich das nicht erstmal ausnutze. Wir müssen ja hier nicht drauf gehen. Muss einfach sein. Okay. Hier ist eine Bank. Da wirst du doch Bescheid, was jetzt kommt. Wieso ist denn da eine Bank? Alles klar, ich darf hier auch nicht drauf gehen. Vielleicht haben wir hier jetzt so einen Schreckensparcours. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das wäre eine willkommene Abwechslung, dass nicht nur unsere Kampf-Skills getestet werden, sondern auch unsere Fingerfertigkeiten, was Sprungpassagen angeht. Tja. Und da ist die Tür verschlossen. Es gibt auch für dieses Gebiet keine Karte. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir hier irgendwo ein Item verpassen. Es wäre bitter, wenn einer dieser Tadismane, die wir ja noch nicht haben, hier irgendwo versteckt wäre. Boah. Eins, zwei... Ey, der hat vier Lebenspunkte uns abgezogen? Das checke ich da jetzt erst. Vier fucking Lebenspunkte. Zwei Schläge und weg büsste. Ey, haben wir ein Schwein, das wir vorher noch das letzte Upgrade bekommen hatten? Also bei mir macht's Klick. Kann das sein, dass das unten der Leuchtturm ist? Dass ich hier in der schönen Geisterwelt das Licht angemacht habe? Und in der Schattenwelt, wo wir uns ja immer befinden? Ist jetzt alles auf einmal da? Kann das sein? Naja, zumindest ist die Tür hier offen. Ach, da kamen wir ja her. Ja, aber es ist einfach so cool. Wirklich, Hollow Knight ist einfach so riesig geil. Selbst dieser eine Ort hier. Dass wir das nochmal gemeinsam erleben können. Ich meine, ich finde das schon cool. Und hier ist auch die Tür geöffnet. Ich muss mich bestimmt draufstellen, aber ich gehe erst mal so nach oben. Das kennen wir ja noch. Fuck. Ich brauche Lebensenergie. Ich muss. Wir sind ja momentan noch an einer Stelle im Spiel gekommen, wo das aus dem FF gemacht werden sollte. Vielleicht können wir aber einfach nur rechts stehen bleiben und den von dort treffen. Aber leider habe ich nicht lange einen Nagel ausgerüstet. Das wird also nicht funktionieren. Okay, soll das mal ausreichen? Ja, viel einfacher. Guck mal, da muss ich mir das Leben gar nicht schwer machen. So einfach. Ja. Ein einfacher Sprung. Easy peasy. Okay, hier ist kein Geheimnis. Okay, hier ist kein Geheimnis. Ich weiß nicht, ob ich das mal verliere. Unser Schild. Ich wollte Gott sagen. Ich habe auch Geheimnis gemacht. Hey, ich weiß nicht, ob wir hier so stören sollten. Ob wir jetzt alle hier besiegen müssen. Weil mit welcher Berechtigung machen wir das? Hier, wieder was zum Ausruhen. Das Gebiet wird auch einfach immer größer. Das müssen wir genau abpassen. Boah, das hat mal ziemlich knapp gemessen, muss ich mal sagen. Und das war ein bisschen zu knapp. Hm. Hm. Also ich finde, das sind sehr gemeine Passagen, weil du weißt ja nicht, was da unten kommt. Da sind wir schön an der Seite vorbeigestriften. Das ist doch echt Mist. Das sind jetzt die kompletten Stoßlichkeitsfehler. Und ich werde hier drauf gehen und ich werde... Ne, warte mal. Aber ich kann nicht zurück. Ich muss meinen Tadis mal absockeln. Den würde ich auf keinen Fall verlieren, Leute. Ich muss hier speichern. Aber einmal versuche ich es noch. Hm. 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 Ich, womisch. Hm. 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 Ich habe aber meinen Talisman nicht verloren, oder? Ich muss mal die ganze Grütze von hier nochmal machen, aber das kriegen wir hin. Wir können ja erstmal nach oben gehen. Okay, also weiter nach oben geht es gar nicht. Dann werden wir bestimmt von der Stelle nochmal zurückkehren müssen. Dann werden wir erstmal die besiegen. Und hier noch so rumlaufen. Und hier ist auch alles verschlossen. Guck mal, wir haben hier ganz, ganz viele Wege. Das ist so krass. Der weiße Palast. Da haben wir hier echt ein Gebiet für uns zum Entdecken. Ein völlig eigenständiges Gebiet. Es war zu erwarten. Hier war ich gerade völlig überfordert. Wie komme ich denn da jetzt lang? Nee, springen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss warten, bis der zurückkommt und dann muss ich rüberspringen. Hier. Also ich muss sagen, diese Sprungpassagen, die sind hier schon ziemlich anspruchsvoll. Gerade, weil wir auch in vielen Orten gewesen sind, wo wir das gar nicht gebraucht haben. Und jetzt, jetzt werden hier deine ganzen Skills abverlangt. Ich meine, momentan müsste ich hier bei den Kreissägen noch sehr gut durchkommen. Wenn man weiß, wie die funktionieren. Und auch die Passage ist nicht mehr ganz so schlimm. Dachte ich. Und habe direkt mal Schaden genommen. So. 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 Gibt's nicht. Boah, das ist wirklich, man kriegt hier einfach Fingerkrebs. Das ist auch sehr warm gerade momentan in der Bude. Und. Das ist für mich wirklich schwierig. Das Gamepad hier vernünftig in der Hand zu halten. Nein, ich habe vergessen. Ich habe vergessen, dass es dort lang ging. Aber Gott sei Dank darf ich hier stehen bleiben. Das ist ja schön. Hm. Haben wir auch geschafft. So weit, so gut. Oh je. Haben wir auch geschafft. Schön, schön, schön. Na ja, solange wir irgendwie ein bisschen weiterkommen, ist es in Ordnung. Ich glaube, dashen und dann springen, oder? Nee, gar nicht mal. Ich muss gar nicht irgendwie dashen und springen. Hm. No, nu? Ähm. Ich weiß nicht, was ich da machen muss. Es kann sein, dass ich jetzt auf diesen rotierenden Blättern so einen Sprung machen muss. Oh, ich weiß nicht, Leute. Verstehe ich nicht. Wie soll ich denn das schaffen? Oder hier unten einfach nur. Hier, diesen. Ach, ich kann hier drauf stehen bleiben. Das wusste ich nicht. Okay. Okay. Haben wir es geschafft? Ich würde mal sagen, das ist ein klares Nein. Naja, es ist schön, dass wir hier Seenenergie zurückbekommen, aber leider habe ich ja die völlig falsche Ausrüstung. Wir müssen hier echt noch weiter nach unten. Alter, guck mal. Einmal und zweimal. Ich gehe erstmal links lang. Wenn die beide oben sind. Beim zweiten Mal. Das ist doch scheiße. Das ist doch schon. Oh. Also ich mach drei Kreuze, wenn wir hier zumindest durch sind. Oh, da ist ein Hebel. Wir haben einen Hebel gefunden. Es war der erste von zweien. Und das war nur die rechte Seite. Das war das zweite Licht? Okay, haben wir die eine Seite schon mal abgeschlossen? Das werde ich hier heute alles in der einen Folge mitnehmen. Aber sowas von. Das gucken wir uns alles schön gemeinsam an. Dann machen wir die Schose eben nochmal. Ich meine, ich komme ja Gott sei Dank immer wieder ein bisschen weiter. Irgendwann habe ich volle Lebensenergie und schaffe es dann auf Anhieb durch. Da kriegen wir alles hin. Das sollte ich vermeiden. So eine schöne Lappalien. Also bis hierhin geht's. Das war scheiße. Also niemals, wenn der hinter einem ist. Na ja, jetzt habe ich genauso viel Energie wie vorher auch schon. Werde ich aber sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Ich muss hier wirklich versuchen, keinen Doppelsprung zu machen. Es ist echt schwierig. Oder ich mache den ganz kurz hintereinander. Hier eins. Zwei. Und da geht's. Okay. Fuck. Da war ich ein bisschen zu weit. Da war ich ein bisschen zu weit. Aber genau so kann man es machen. Nein, ich habe Schaden genommen. Was? Das ist so eine müde Stelle hier. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Oh, warte mal. Ich muss bestimmt einfach nur rüberspringen, oder? Oh, ich weiß nicht. Wisst ihr was? Es kann sein, dass wir... Oh, ich trau mich nicht. Ich trau mich einfach nicht. Ich trau mich einfach nicht. Aber da oben war noch was. Okay, also bis hierhin ist erstmal das weiteste. Wir haben den Hebel. Wir haben einen weiteren Hebel entdeckt. Richtig genial. Aber da oben war noch was. Da oben war noch was. Hier ist die Abkürzung bestimmt. Und die holen wir uns auch erstmal. Jetzt haben wir bestimmt das Ding in der Mitte freigeschaltet. Und ich gehe erstmal zur Bank. Ja, es war schon ein bisschen nervenaufreibend. Aber wer hätte es gedacht? Das wird sich hier so eine coolen Passage haben, wo wir ein bisschen Jump and Run Action haben. Richtig, richtig cool. Und jetzt nochmal zurück, denn ich will wissen, was da oben gewesen ist. Oben links. Was denn nun? Ich habe Schaden genommen? Ach, das wäre ein zweiter Weg gewesen, bestimmt, wa? Ich glaube, das wäre ein zweiter Weg. Wir hätten vielleicht auch oben lang gehen können. Also ich weiß es nicht. Ich meine, es ist sehr unwahrscheinlich, dass da oben nochmal irgendwie so eine Art Fragment ist. Muss ich mal online nachgucken. Weil wir wären ja von da oben auch gekommen. Also es muss einen zweiten Weg geben. Aber soll mal egal sein. Wir haben es ja erstmal geschafft. Das heißt, wir gehen hier nach unten. Oder wir kommen jetzt erstmal noch von da oben. Das kann dann natürlich auch sein. Weil wir haben ja gerade hier einen Weg freigeschaltet. Und der würde uns ja nach oben führen. Dann ist das der nächste Gang. Das war schlecht. Machen wir nochmal. Vielleicht müssen wir die Jumping-Action mit den Nadeln gar nicht erst machen. Ja. Hätte man sparen können. Hä? Was willst du denn da machen? Weil du musst ihn doch zerstören. Und dann? Was dann? Das ist... Also das könnte jetzt dauern, Leute. Naja, ein Versuch, was wir hat. Ich glaube, es ist aber schwieriger, den irgendwie zu dashen und dann kurz vorher abzubremsen. Vielleicht muss er wirklich mit einem beherzten Doppelsprung einfach nur darüber. Ich nehme mal für die letzte Passage irgendwas anderes mit rein. Ja, ich denke, das kann ich gar nicht gebrauchen. Haben wir noch irgendwas anderes cooles hier? Wenn ich Schaden nehme, bekomme ich ein bisschen was zurück. Seelenfäcker. Wehebrescher. Das sieht ganz cool aus. Machen wir es mal so. Ja, ich denke, ich werde mit der Strategie und den ausgerüsteten Tadismanen mehr anfangen können, als noch mit diesem blauen Schutz. Ich vergesse immer nach unten zu drücken. Es ist so schwierig, da nicht die Fassung zu verlieren. Das ist total krass. Ich muss einfach nur springen, dashen und nach unten schlagen und dann an die Wand ran. Das sind aber Tastenkombinationen. Also, an die muss ich mich erstmal gewöhnen. So, jetzt. Nein, ich war schon oben. Ich war schon oben. Ich hätte bloß dort zur Seite gehen müssen. Und warum? Das ist ein Teil, Alter. Das ist erstmal ein Teilgebiet. Das wird richtig lange dauern, Alter. Machen wir es nochmal. Schade. So war gut. Genau so muss das aussehen. Und wir haben echt gut Lebensenergie. Hier ist eine Bank. Nice. Hier ist eine rettende Bank. Mal gucken, was jetzt noch fieses kommt. Hm. Ach, ja. Also, ich muss sagen, hier der letzte Abschnitt, der setzt mir doch sehr zu. Da waren die anderen Gebiete vorher alles Kinderspielchen. Aber hier mache ich in einer Tour Schusslichkeitsfehler und das ist bei einer sehr langen Strecke fatal. Aber dass ich hier noch kein Leben verloren habe, das ist neu. immer noch vor der Lebenspunkte, krass. Das war richtig schön saudumm. Aber dafür war das hier umso genialer. Ich glaube da gar nicht. Wir haben echt gut Lebenspunkte noch. Ja. 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 Ich glaube da sind gerade immer noch vor der Lebenspunkte. Ja. 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 Es ist halt so schade, dass ich genau hier schon wieder meine ganzen Lebenspunkte verliere. Schaffe ich nicht? Warum nicht? Wieso schaffe ich das nicht? Okay, da mussten wir jetzt ein bisschen einfach Button Mashing betreiben. Ja und hier oben die Dinger, das ist auch so, ich weiß nicht. Das ist so irgendwie, ich will nicht sagen Glück, aber es ist halt auch so blödes Timing. Du musst, darfst nicht ganz nah dran stehen, aber auch nicht ganz so weit weg. Und dann einfach nur daschen. Und jetzt habe ich auch schon fast meine Lebenspunkte wieder verloren. Das ist natürlich echt Käse. Mit einem bisschen kann ich mir noch auffallen. Wie geht's dran? Jetzt geht's zu haben. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Naja, es könnte schlechter laufen, ne? Vielleicht schaffen wir es ja, ich habe nicht gewusst, dass da unten nochmal so Stacheln kommen. Es gibt ein Skill, wo wir nach Roten dashen können, das müsste ich hier leider haben, habe ich aber nicht. Alter, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das hat ein bisschen gedauert, aber ich beschwere mich nicht. Ich mache drei Kreuze, wenn ich hier erstmal raus bin. Ich hoffe, das war es auch damit. Muss ich nach drüben fliegen? Ja. Und es geht immer wieder weiter. Es ist so krass. Vielleicht haben sie uns den Gäber hier absichtlich gegeben, dass man da nicht mehr die Bank braucht. Also ich meine, ich nehme es natürlich dankend an. Also ich hoffe, wir kommen jetzt hier durch, ohne nochmal weiteren Schaden zu nehmen. Das schaffe ich nicht. Wir sollen das schaffen. Ja, nun? Was denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ey. Also langsam wird es aber ein bisschen scheiße. Also kann nicht irgendwann der Weg auch mal vorbei sein? Ich finde, das ist ein ziemlich langer Parcours. Ich weiß gar nicht, warum sie den so lang gemacht haben. Das war bei Guacamele aber nicht so. Da war irgendwann mal gut. Ich weiß gar nicht. Wie wirst du das schaffen? Vor allem, du musst ja immer wieder von hier unten anfangen. Das ist richtig nervig. Das ist richtig nervig. Musik Ja, habe ich schon gesagt, dass das nervig ist Weil langsam, ich muss jetzt sagen, ich habe auch echt Kein Bock mehr Nicht, weil ich irgendwie den Parkour nicht schaffe Es dauert mir einfach zu lange Weil ich denke schon, den Parkour Den schaffe ich jetzt schon ganz gut Man braucht halt immer ein paar Minuten Es sind doch keine zwei Stunden vorbei, aber ich sitze hier zwei Stunden Und mir ist dieser Parkour hier einfach zu lange Also ich finde ihn jetzt nicht mördermäßig schwer Aber ich habe irgendwie gerade Keine Konzentration und will mich auch Auf dieses Level jetzt hier weiter konzentrieren Ich will jetzt langsam mal irgendwie Was anderes haben Ja, das ist das, was mich gerade nervt Musik 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 Wieder nicht geschafft, krasse Scheiße Es ist einfach Ja, nervig Und es fällt mir so schwer Hier die Augen offen zu halten Vielleicht mache ich wirklich eine Pause Lass die Pläsi an und spiele dann einfach morgen weiter Musik 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 Ach komm schon Ja und genau das meine ich Das kannst ja nicht vorhersehen Also du musst da durchtaschen Dann musst du nach unten schlagen Und allein Dass du das gesehen hast Musstest du jetzt einmal sterben Das ist doch nervig Das ist doch einfach nur hier auswendig lernen Ich meine, da kann ich mir auch ein Hilfsvideo Auf YouTube angucken Wo ich den Weg schon mal kenne Dass ich mich besser vorbereiten kann Ich habe doch keinen Bock Immer so So ein Millimeter weiter zu kommen Um dann bewusst sterben zu müssen Weil du ja das nicht vorher ahnen kannst Was da gleich kommt Also du springst ja Auf jeden Fall In jeden Nagel rein Kann mir doch keiner erzählen Dass da irgendein Pro-Gamer Da ganz ganz kurzfristig Bevor er in die Stacheln reinfliegt Checkt Alles klar Das ist ein Kiefer Ich muss da unten schlagen Kann mir keiner erzählen Musik Machen wir es eben nochmal 10.000 Mal Musik Und ich sage euch Wenn ich jetzt da durch springe Muss ich doch bestimmt wieder ganz kurz Vorm Schluss genau das gleiche machen Und ich weiß es nicht Ich springe quasi ins Ungewisse Habe schon keinen Bock Nee hier nicht Kann es ja nicht wissen Es ist so gemein Es ist wirklich eine so gemeine Mechanik hier in diesem Level Und es geht noch weiter nach oben Ey Ey Leute bitte Habt abam Es muss doch irgendwann mal hier Ende sein Ich habe es wieder nicht geahnt Ich habe echt gedacht Ich muss wieder abbremsen Weil ich die Stacheln gesehen habe Ich habe sofort Stacheln antizipiert Mit Gefahr Du musst abbrechen Haben wir es geschafft Alles aber bitte jetzt kein Kampf Hier ist nochmal einer dieser Ritter Vielleicht ist es ja genau der Ritter Aber wir haben es doch jetzt nicht echt geschafft oder Haben wir es geschafft Noch ein Ritter Es gibt mehrere davon Ne Da ist der Fahrstuhl nach oben Dann gehen wir erstmal nach rechts Ach es gibt Energie Ich weiß nicht Ey wenn die uns jetzt einen Kampf geben Ich flippe aus Weil dann kann ich mit der Popel Energie Die ich jetzt hier habe Auch nichts anfangen Die gehen muss doch nicht im Grund Ohne Grund einfach irgendwie Energie Oh bitte nicht Bitte kein Kampf Bitte alles Nur kein Kampf Was ist das Ein weißes Fragment Das ist kein Grund zur Freude Denn dieses weiße Fragment Sieht doch eindeutig so aus Wie die Hälfte von irgendetwas Es gibt 100 pro ein schwarzes Fragment Und das ist genau das Was wir wahrscheinlich nochmal In einer gleichen Art und Weise Holen müssen Aber wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Seele des Würm Seele der Wurzel Herz der Leere Ach wir sind draußen Und der ist immer noch am Leben hier Der Typ Will er kämpfen? Oder kann ich einfach nochmal rein? Ich kann hier einfach nochmal rein Vielleicht gibt es hier noch Sachen Die man entdecken kann Weil ich wüsste jetzt nicht Welchen Grund es hat Dass ich hier nochmal reingehen müsste Ja da haben wir ein Fragment Das war es auf jeden Fall Für die heutige Folge Also ich muss gucken Wie ich das schneide Das waren einige Fehversuche Aber wie oben schon gesagt Ich weiß nicht Ich glaube den Rest Den werde ich dann schon zeigen Denn es war echt Es war zu viel Es war einfach zu viel Es waren coole Jump in one Passage Auf alle Fälle Hat auch Spaß gemacht Aber es war hinten was wirklich Also man muss es nicht In die Länge ziehen Das war so das erste Mal Wo ich das Gefühl hatte Okay jetzt reicht es aber auch Gerne mehr davon Aber bitte nicht irgendwie so Zehntausend Stunden Immer nur Bisschen noch mehr kreisigen Und noch mehr Schwer machen Und was auch blöd ist Wenn du schon ganz hinten bist Und du irgendwo reinfliegst Was du vorher wirklich nicht sehen kannst Also das muss ja erst recht nicht sein Weil da will dich das Spiel einfach frusten Aber wir haben es trotzdem geschafft Können wir uns erstmal auf die Schulter klopfen Und dann muss ich mal gucken Wo das andere ist Weil mir fällt erstmal Kein weiterer Ritter ein Der Essenzen verströmt hat Dass ich da was machen kann Naja Ich hab noch trotzdem Ein bisschen was Was ich erkunden kann Heute haben wir wieder einiges geschafft Ich bedanke mich wieder einmal Fürs Zugucken Und mal gucken Was wir im nächsten Part machen Also Ringer Und Tschüss